damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde warhammer age of sigma tut mir ein bisschen weh jetzt die nörgel boys zu verprügeln weil ich ja selber nörgelspieler bin eigentlich von grandfather's garter robert mutter mut Nörgel ist halt immer auch so ne Sache. Die sind halt geil. Kann man ja anders sagen, Nörgel ist halt geil. Und hart zu bespielen. Die Frage ist, wie offensiv wird der vorgehen? Bisher hat er nichts geholt, außer seinen Nörgelboss. Den General. Und das kann halt böse enden für ihn, wenn er keine Unterstützung gleich hier hat. Was ist das? Let's get movin'! Commander of the Night Lord. Beginning the dance in the ground. Ich werde ihn jetzt versuchen, ein bisschen den Weg abzuschneiden. Ich werde jetzt hier eigentlich den totalen Krieg ohne Scheiß, Leute. Und das Spiel mit Zweihandwaffe. Aber er hat nur viel Damage. Nur zwei Rüstungen. Ich werde gleich versuchen, ihn auseinander zu bauen. Wenn er schlau ist, geht er zurück. Er geht wirklich voll rein. Oh, Digga. Ich glaube, du... Das ist, äh... Ich glaube, er wird gleich einfach so auseinander genommen von mir, Freunde. So, ich klagen jetzt die Rüstung. Jetzt fange ich an, ihn zu vernichten. Nächste Runde ist er tot. Ich hoffe, er lief gut. Oh! Da habe ich nicht so gut aufgepasst. Aber sei dir der eine Kegge gönnt, mein Freund. Ich hätte eigentlich noch hier einen hinsetzen können, falls er abhauen will. Aber egal. Er kommt eh nicht weg. Ja, Digga. Das war's. Als Tipp für euch, meine Lieben. Lasst niemals einen General irgendwo alleine laufen. Egal, was ihr denkt, wie krass euer Boy ist. Jetzt rennt er. Aber es wird ihm nicht viel bringen. Die ja könnten die alleine töten. Aber ich glaube, ich werde meinem General den Quill geben. 1, 2, 3. Die müssen ihn sogar töten. Oder die schießen auf ihn. Ich weiß noch nicht. Ja, Digga. Das kannst du dir alles sparen. Das Game legt sich dem Ende, mein Schatz. Hier kommst du nicht mehr weg. Ja, schade für ihn. Wir brauchen jetzt noch im Außen, dass es jetzt hier so schnell vorbei geht. Vielleicht auch noch gleich eine Einheit auf dem Feld holen. Das gibt mir XP. Damit ich die Banshee holen. Ja, das war's für dich. Abzufangen. Ich würde gerne mal diesen Skill ausprobieren. Wollen wir machen es mal. Sieht ja ganz nett aus. Ja, Leute. Was soll ich sagen? Tut mir leid, dass es so schnell ging. Nine Taut rockt einfach. Aber er hat auch einiges falsch gemacht. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part von World of... Nein. Von Warhammer. Age of Sigma Stormground, meine Lieben. Nine Taut fought to win. Abo nicht vergessen. Follow. Haut rein.